Und wieder guten Morgen aus meinem Dachstübchen. Nun wisst ihr, wie man den Papi wecken kann oder die Mami, Oma, Opa, wen immer ihr wecken wollt. Aber ich will euch auch verraten, wie ich meine Kinder geweckt habe. Unseren großen Sohn, der nicht ganz so leicht wach zu kriegen war, habe ich zum Beispiel mit diesem Lied eigentlich immer munter bekommen. Guten Morgen, liebe Sonne, die Nacht ist vorbei. Die Vöglein, die singen und der Himmel ist grau. Ui, wie gemein. Zweiter Versuch. Guten Morgen, liebe Sonne, die Nacht ist vorbei. Die Vöglein, die singen und das Toastbrot ist schwarz. Ui, wie gemein. Dritter Versuch. Guten Morgen, liebe Sonne, die Nacht ist vorbei. Die Vöglein, die singen und die Milch, die ist sauer. Ui, wie gemein. Vierter Versuch. Guten Morgen, liebe Sonne, die Nacht ist vorbei. Die Vöglein, die singen und die Eier sind hart. Ui, das war aber richtig gemein. Noch ein Versuch. Guten Morgen, liebe Sonne, die Nacht ist vorbei. Die Vöglein, die singen und der Kaffee ist heiß. Hey, was ist denn mit dir los? Nun ist der Morgen sowieso vorbei. Kommt gut durch den Tag.